Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wahrscheinlich auch die letzte Folge von Sherlock Holmes The Awakened. Denn ich habe nachgelesen, es sind tatsächlich nur acht Kapitel und das hier ist wohl das letzte, der letzte Teil, sagen wir mal so. Es kommt jetzt zum Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play soweit gefallen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal durch diese Tür oder Bogen, durch diesen Bogen. Mal sehen, was da passiert. Ich habe Stimmen gehört. Oh, da steht auch jemand. Ne, ich glaube, dem geht es nicht so gut. Ich höre Schreie. Okay, Tagebuch des Leuchtturmwärters. 3. Mai. 3. Mai 1882. Die Leuchtturmbauer aus Toba, Möre? Sind absolut unfähig. Ich musste ihnen sogar zeigen, wie man Öl wechselt. Nur eines können sie gut. Fragen über die Höhle und den Ort des Verschwindens meines Sohnes stellen. Anfangs habe ich nichts gesagt. Doch als irgendein Lord kam und mir Geld dafür bot, ihn herumzuführen, habe ich es mir dann anders überlegt und ihm alles hier gezeigt. Er sagte, er sei ein Antiquitäten-Sammler. Aber was hätte er hier schon finden können? Wie dem auch sei, das war leicht verdientes Geld. Aber irgendwie fühlt es sich jetzt so an, als hätte ich Verrat an diesem Ort geübt. Und an meinen Jungen. Was ist denn in dieser Höhle? Ein Schlüssel. Oh mein Gott, was ist los mit dir? Alles gut? Ich höre Schreie. Was ist das denn? Ein Laser, oder was? Naja, kann kein Laser sein. Ich glaube, da gab es noch einen, oder? Eine Lampe, die rot ist. Was macht ihr denn da? Ja, ja, ich gehe ja schon weg. Was passiert? Müssen sich die Tränen vielleicht? Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, vielleicht. Ja, ist gut. Mein Gott. Moment, habe ich was übersehen, außer dass ich wieder alles umschmeiße, was mir in den Weg kommt. Anweisungen von R für Aschmatt. Aschmatt, du musst dich mit der Aktivierung der Kaleid-Linsen vertraut machen. Die dafür benötigten Strahlen in dem Mitter sind nicht schwierig zu bedienen, aber für... Aber uns dürfen keine weiteren Fehler unterlaufen, denn der Tag des Erwachens naht. Halte dich mit deinem Obsidian-Spielzeug von den Linsen fern. Sie entfalten eine äußerst starke Wirkung, sind in aktiviertem Zustand jedoch zerbrechlich... Zer... Zerbrechlich und unsere Vorräte sind begrenzt. Gut, was haben wir denn hier noch? Ist auch so ein Glas-Dings, äh, so eine... Keine Ahnung. Ach. Obsidian. Gut, und jetzt? Ich hab das Gefühl, ich muss diese Dinger hier drehen. Aber wie? Nee, kann ich nicht. Hm. Was soll ich denn tun? Okay, Moment. Irgendwas hier kann man vielleicht schon mal... Wie heißt... Die Anweisungen. Nee, auch nicht. Ach. Oh nein. Was müssen wir jetzt noch suchen? Ähm. Nein. Ja, was kann man hier machen? Oh, das war auf Anhieb richtig, wow. Wunderpunkt der Kaleid-Linsen. Die Kaleid-Linsen können offenbar nur mit einem Gegenstand aus Obsidian zertrummert werden. Mit dem Dolch aus der Höhle sollte es funktionieren. Die Sache hat allerdings einen Haken. Nur in aktiviertem Zustand sind die Linsen zerbrechlich. Um sie zu aktivieren, müssen Strahlen in der Mitte auf sie gerichtet werden. Ja, kann ich das jetzt tun? Geh mal aus dem Weg. Ach, der läuft einfach durch. Okay. Geht's auch das andere, oder... Nur eins, ich weiß nicht. Ah. Okay. Kann ich jetzt den Dolch mir nehmen? Oder so? Hä? Ach so, oder halt mich schon einen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Hatte ich einen? Ah, doch, ich hatte den doch... Ach ja, tut mir leid. Ich spiel das halt nicht an einem Stück immer. Nicht immer. Und jetzt? Das ist es. Du hast es. Du hast es. Die Linsen zerbrechen. John, die Wörterer. Wir müssen sicher... Natürlich. Ich will sehen, ob sie okay sind. Okay. Okay. Ich will sehen, ob sie okay sind. Ich will sehen, ob sie okay sind. Okay. Aber was soll ich jetzt tun? Okay, schauen wir mal nach. Wir müssen nach oben gelangen. Aber wie denn? Oh, ja, es fehlt jetzt was. Okay, dann halt nicht. Okay, wir müssen uns umschauen. Hier ist aber nichts mehr. Muss ich hier raus? Ich kann hier nirgends hin. Ah, obwohl, hier ist auch eine Tür. Ich kann auch nach oben, stimmt. Ich bin so blind. Oh mein Gott. Was soll ich jetzt tun? Ich hab den doch... Hab ich den jetzt nicht getroffen, oder was? Okay. Oh man. Nochmal. Okay, ich überspringe das Ganze jetzt, weil haben wir es jetzt schon gesehen. Haben wir gesehen, also von daher. Den Kopf. Ach! Jetzt verstehe ich. Ah. Watson, you killed him. I... I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summers death will be but one of many. Okay. That dirty Summers. Da war ja. Tja. Tja. Was ist das für ein Ding? Ein Pool? Ne. Ähm. Okay. Hier ist ein bisschen was. Ein bisschen was zu sehen. Ups. Schmeiße immer alles um. Ja. Was für ein Plan. Hier ist sonst nichts mehr. Ah. Ja, okay. Also, äh. Ich versuch's hier mal noch mal. Da ist nichts mehr. Was soll ich tun? Ich, äh. Ja. Ja, was soll ich denn tun? Kann man hier rein? Ah, gut. Aschmads Notizen. Notizen, die Aschmatt im Laufe der letzten Woche niedergeschrieben hat. Bei Mr. Arneson ist die Lage ganz schön eskaliert. Er, dieser Rotzlöffel und die Frau. Ich wünschte, sie wären im Bayou ersoffen. Jedenfalls haben sie es nicht verdient, zusammen mit den anderen hierher gebracht zu werden. Nein, nein und nochmals nein. Die unterirdischen Gänge rufen wieder nach mir. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, wache ich anschließend in der Höhle auf. Gestern bin ich mit einem Obsidian-Schlitter in der Hand aufgewacht und kann mich an absolut nichts erinnern. Heute Nacht wird mich die Höhle wieder zu sich rufen. Ich habe Schreckliches in meinen Träumen gesehen, aber ich kann mich dem nicht erwehren. Was ist das denn? Der Turm, oder? Ähm Kein, achso. So, jetzt kann ich doch hier was machen, oder? Ähm Bauplan Ha, jetzt. Sabotageplan Wir müssen die Kaleid-Linsen unterhalb der Laterne, wie auf dem Bauplan abgebildet, zerstören. Dazu müssen auf jede Linse zwei Strahlen in Mitter gleichzeitig gerichtet werden, um sie zu aktivieren. Sobald eine Linse aktiviert wurde, kann sie mithilfe des Obsidian-Deutsches jetzt rümmert werden. Womöglich müssen wir getrennt voneinander vorgehen, da Lord Rochester und seine Jünger versuchen werden, die Linsen zu beschützen. Aha. Na dann. Okay, hier ist noch was. Na klar, wenn es aus Glas ist. Tagebuch des Leuchtturmwärters, 4. April 4. April 1882 Wieder habe ich die Melodie gehört Ich höre sie in jedem Tropfen, der von der Spitze des Leuchtturms auf den Boden fällt Ich höre sie im Scham der sich unaufhörlich drehenden Laterne Und ich höre sie in diesem Moment, während meine Feder beim Schreiben auf das Papier kratzt Seit mein Junge mich verlassen hat, ist dieses Tagebuch mein einziger Gefährte Manchmal schlafe ich in seinem Bett, damit es nicht leer ist Ich glaube, neulich habe ich ihn in der tiefblauen Seeschwimmen gesehen Seine Haut wirkte leblos und fahl und seine Zähne waren so scharf wie die eines Piranhas Er sah mich mit blutroten Augen an, die inmitten der tosenden Wellen starr auf mich gerichtet waren Und ich konnte in ihnen nichts als Abscheu erkennen Aha. Nochmal was zu lesen Dirty Sommers Tagebuch Ich habe für Geld wirklich schon schlimme Dinge getan Aber das hier ist ohne Zweifel das Schlimmste Immer öfter werde ich von seltsamen Träumen geplagt Aber ich versuche mir keine Gedanken darüber zu machen Unglücklicherweise ist es hier ziemlich langweilig Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie meine Gedanken um diese Träume kreisen Ich will gar nicht den Himmel sehen und auch nicht das Meer Aschmats Gesicht oder meine eigenen Hände Rochester sagte, dass bald alles verschwunden sein wird Verschlungen vom Großen Alten Vielleicht wäre das eine bessere Welt Vor allem, weil ich nicht mehr da wäre Was haben wir hier noch? Nimm doch das Gewehr mit Die Links Ist der draußen geblieben? Ah Hm Gut, dann gehen wir weiter Wir haben ein Plan Of course Wir sollen applye was wir gerade gelernt Charge die Khaleed Lenzes Und breake sie mit dem Dagger Das soll uns stoppen zu diesem Kursiv Ritual All right Good I confess Ich worry about what awaits uns Ist es zu viel zu hoffen Das wird alles gut Wenn unsere Zukunft ist black Es ist besser sicherlich zu face es wie ein Mann Than zu attempten zu brightenen es By mere will-o-de-wisps Of die Imagination Ach was für eine fröhliche Stimmung hier Ach was für eine fröhliche Stimmung hier I shall confront Rochester He owes me the truth Sherlock Sherlock Was ähm Ach was ist der Typ I wonder what will happen this time What, what are you talking about Join me Bear witness to the end Was passiert jetzt? Na Äh, okay die Linsen Äh Aber die stehen da drum herum Mein Gott ich kann doch nicht hin oder? Ich kann da nicht hin Sie können nicht Ach so Ach Hä, sind das zwei? Ach so Und wo soll ich denn hin damit? Hä? Ach so Okay Okay, eins haben wir mal Zerstören wir erstmal Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? You cannot bear witness to anything Lord Rochester You are blind How, how could you It is what I do No How could you be so ignorant For I have never seen more clearly than in this moment Never felt more than I feel right now Every fiber of the earth Every molecule reverberates in anticipation of the awakening Every molecule reverberates in anticipation of the awakening The vile of madness rises in our throats just as our master rises below I see moonbeasts I see moonbeasts, nightgorns, a witch doctor in Arkham I see what the stars themselves are dreaming I know more than any man has ever known You are delusional You are delusional, how did you do it? The compulsions, the visions Was it some form of hypnosis Or no A drug Perhaps, tell me That There is no ruse There is no big reveal It is exactly what it seems You still fight so desperately against this truth But you feel it too Yes, yes You are mad You have mistaken hallucinations for reality Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now In the port, in the swamp What did you see? Ähm Ich habe andere Welten gesehen Keine Ahnung Okay Okay Von mir aus Äh Ich müsste, glaube ich Nein, da kann ich nicht hin Mein Gott, macht mal Platz hier Ich kann nicht durch Ich bin eingesperrt Kann ich hier durch? Äh Ich kann nicht durch Hallo? Ihr müsst mich durchlassen Was? Äh Moment Was kann ich hier sonst noch tun? Ich kann nicht durch Hallo Schreit nicht mal so Ich muss durch Was soll das jetzt? Ich decke fest Hä? Äh Äh Ich kann hier Ah Ach so Oh mein Gott Äh Oh Gott Das kam jetzt unerwartet Ich war nicht darauf vorbereitet Was haben die vier Probleme? Hört auf Lass mich in Ruhe Oh mein Gott 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 Äh Mist Was macht das jetzt? So Ich kann es nicht sehen Ist das jetzt beleuchtet, oder? Ah Ah So Ja Ja Jetzt Ich habe es geschafft Ich will hier durch Was? Äh Oh Mann Das ist so Ich will durch Ich muss hier durch Lasst mich durch Ich will Nein Oh Mann Okay Da muss wohl irgendwo ein Schluckloch sein wieder Kann ich hier durch? Ah Ah Hä? Und jetzt? Ihr müsst mich durchlassen Ich finde keinen Weg Moment Äh Warum quitscht er sich nicht hier durch? Du kannst doch da durch, Mann Ah Dein Ernst, den gleichen Weg zurück Das kommt Oh Mann So Schon wieder welche im Weg? Ist das euer Ernst? Wie soll ich das denn jetzt? Mein Gott Man kann ja nicht Man sieht ja nichts Das ist doof Ich will kurz schauen Das ist Der hier Vielleicht Ähm Ah Moment Jetzt Nein So Jetzt Äh Wieso habe ich das nicht erkannt? Das leuchtet noch orange Ich bin so doof Ja Dass die alle auf einmal solche Anfälle bekommen hier Was soll das? Okay Ihr müsstet mal aus dem Weg Mein Gott Wie soll ich da jetzt dran? Moment Was soll ich denn jetzt tun? Ich komme nicht durch Ich kann nicht durch Hm Oh Mann Ich komme mir jetzt echt blöd vor Und jetzt mal im Ernst Was soll ich denn tun? Ich kann nur da hin oder? Ach keine Ahnung Vielleicht muss ich hier irgendwie entlang Ich weiß auch nicht Einfach unnötige Unwege Umwege Oh ich habe gerade Unwege gesagt Umwege Oh Mann Warum einfach wenn es auch schwierig geht? Kann ich hier irgendwas anderes nur noch? Äh Ah Moment Ich glaube so langsam geht mir ein Lämpchen auf Ich kann sie auch bewegen Aber es stimmt doch so Ich kann sie nur nach vorne Oder nach hinten bewegen Okay also Macht's keinen Sinn Es macht keinen Sinn Aber mit dem Ding da Was ist denn da mit Man diese Leute nerven echt Man diese Leute nerven echt Hä? Was ist das? Ja interessant, toll Hä? Äh Wo soll ich denn hin? Mir gehen langsam Die Leute hier echt auf die Nerven Das tut langsam in den Ohren weh Ich kann da nicht hin Okay, Moment, Moment, Moment Äh Ich glaube das ist nicht so einfach Wie man es jetzt gerade denkt Ich glaube ich muss hier irgendwas anderes tun Hm Hm Okay Ah Ah Ich bin so dämlich Jetzt muss ich wieder Ach man ne Geht mir langsam auf den Nerven hier Haltet endlich den Mund Das kann doch ruhig sein Das hier Wenn es überhaupt stimmt Ich hab keine Ahnung So, das hier leuchtet jetzt Okay, kann ich jetzt endlich mal Da hin? Nee, ich kann nicht durch Ich kann da nicht hin Oh Mann Okay, also zwei leuchten jetzt, aber was Ich kann die anderen nicht bewegen Ich kann da nicht hin Boah Leute, ihr nervt Haltet einfach den Mund entgeschmarr Es kann nicht wohl nicht wahr sein Ah, ich kann da jetzt hin Endlich Gut, auch mal Zeit Was ist das? Was ist das? Was hast du Ach Achter How do all this slaughter do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use! O Allseeing Master, O grand god beneath, how he has blessed them with purpose! You used them for cruelty? I've seen a man eat his own flesh, just to hear the whispers of lizards. Ich habe eine Mutter verletzt, dass sie zu einer anderen Welt verletzt werden können. Galaxien verletzten sich alle zusammen. Licht verletzt auf sich, bis nichts bleibt. Du wirst nicht die Krügel, Herr Holmes. Die Krügel ist für solche Werte zu sein, dass sie so viele sind! Das ist es, Briss Delusion. Du bist Icarus, zu nahe der Sonne. Nein, nein! Sie verletzten die legenden, Herr Holmes. Icharus fliegt. Er hat eine Höhe, die kein Mensch hatte. Man muss sich vorstellen, dass Icharus glücklich ist. Er hat ihn verletzt. Rochester hat ihn verletzt. Und wenn du ihn fragst, er seine Wahl hätte, er hätte nicht einen einzigen Regen. Jeder Schritt, die ich verletzt habe, war notwendig. Ich habe Angst, verrückt zu werden. Ich habe auch vor gar nichts Angst. Vor gar nichts Angst. Was? 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 Habe ich jetzt was Falsches gemacht? Tja. Ist schon mein Problem. Das ist eine Sache. Oh nein! Ich glaube, wir müssen das wieder machen. Okay. Mist. Okay. Okay. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Ach nein. Muss ich das jetzt wieder machen? Oder hat er gespeichert? Moment. Moment. Och, nö. Oder? Ja. Oh, nein. Na gut, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich werde das Ganze jetzt dann rausschneiden. Bis wir in der gleichen Stelle sind. So, hier sind wir wieder. Ich habe Angst, verrückt zu werden. Keine Ahnung. Vielleicht hilft das ja. Okay. Das letzte noch, aber wie? Die stehen ja immer noch davor. Könnt ihr mich mal da durchlassen? So netterweise vielleicht. Moment, kann ich... Achso, nee, ich muss hier durch. Ich komme sonst anders nicht hin. Ach, habe ich mich gedrückt. Statt A. Ach, jetzt ist es dreimal, wo die durchdrehen. Okay, komme ich jetzt da hin? Ich glaube, das wird nicht so einfach, oder? Ah, nein, das sind noch... das sind zwei. Äh, ja, äh... Was soll ich jetzt tun? Ah, hier durch. Okay, ah. Aber Moment, bevor ich jetzt da durchgehe, kann ich vielleicht den anderen anstrahlen? Ja, gut. Ich habe jetzt keine Lust, hin und her zu laufen. Okay. Seltsam, dass er da oben redet und redet und redet oder so. Da unten. Naja, vielleicht passiert das irgendwie so zeitgleich. Während wir unten hier das Ganze hier machen, ist der da oben am Reden. Nein. So, wieder zurück, oder? Ja, ich kann sonst nicht durch. Wieso drücke ich immer was anderes statt A? Was ist los mit mir heute? Okay, lass mich jetzt durch. Bitte. Bitte entschuldigen Sie, ich muss jetzt durch. Okay, den nächsten Hashtag. Ich bin, ich bin, ich bin. Die Fumes in der Tempel, Narcotics, eine schlechte Reaktion. Oh, du bist einer meiner Cross-Agent. Ja, das hat mein Bruder all over. Nein, 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 warte. Natürlich, ich bin in der Asylum. In Black Edelweiss. Tied zu einem Stuhl. Du bist hier, Holmes, wie immer du bist. Du hast gesagt, dass wir uns treffen, aber ich habe noch nie gesehen in meinem Leben gesehen. Der Cycle wiederum. Alles wird neu. Und wir bleiben in den Händen eines Gott. Submit! Submit zu deinen Inconsequenzen! Es ist unheimlich. Es ist unheimlich. Ich... Ich kann nicht... Wenn du alles, was nicht möglich ist, dann, was es bleibt, muss die Wahrheit sein. Jetzt müssen wir auch aufpassen. Das ist alles real? Ich habe keine Ahnung. Mal sehen, was passiert. Okay, wir sind bekloppt. Okay. Ähm... Moment, wo gehe ich jetzt hin? Okay, hier durch. Naja, keine Ahnung. Ich gehe mal hier durch. Na, kommt. Lasst mich hier durch. Das zählt sich schon. Ich habe da alles gesucht, ich denke. Ach, Mist. Ich schaffe es heute mit der Taste A. Ich weiß auch nicht. Ich habe es nicht gemacht. Okay. Okay, okay, okay. Äh... Der hier. Jetzt. So. Oh, der Weg ist frei. Wie nett von euch. Oh. 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 Wie? Was? Was soll denn? Ja. Was? Was? Oh, ja. Was wird? Was? Oh, ja. Oh, ja. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I want it to be at hand should you need me. No, no. The sound of your keys, it is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No. Pardon me? Do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughing stock, a fabulous concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I... Well, I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be alright, Sherlock. What is that? It will help you rest. No. No, no, no. Not that. No. No. I say, Watson. Would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic? A man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. Ah. That's lucky. Okay. That's all I found that. I found the ending now a little movable. And a little abrupt. Maybe something else? noch was naja ich würde mich einfach mal verabschieden falls jetzt noch irgendeine szene kommt lasse ich sie aber ansonsten sage ich mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten display ich hoffe euch hat es gefallen und wenn ihr den kanal unterstützen wollte dann lasst mir doch gerne kommentator ein like oder abonniert dann bis zum nächsten mal tschüssi die und 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 und